Ey, ich hau mich doch nicht. Sicher? Eins, zwei, drei, sechs Stück. So. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, was machst du? Nur kurz aufschauen. Elektrium haben wir, das haben wir. Ach, da gibt's gar mehr Blöcke raus. Oh Gott. Schön, um wahr zu sein. Können wir später eben nutzen. Lassen wir die Diapipes wieder zu dirs machen. Kannst du ja mit einigen Sachen. Ja, mit einigen Sachen. Nein. Selbst wäre es für mich ja ein Neuland schon gewesen. Nö, hätte ja sein können, dass das drin gewesen wäre. Also, dass die Diapipes auch mit dabei war. So mein ich das halt. Oh, die Steal Scaffoldings. So. Hat die ganze Lampen. Oh, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Ähm. Zack, 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 zack. Sind die. Dann einmal so. Vier. Request. Achte. Unsinn. Zwölfe. Okay. Für brauche ich den? Also, für brauche ich gar nicht. Okay. Und dann brauchen wir erstmal eine MK2. Das kommt da rein. Vergiss dich. Schassies MK2. Oh, das sind Blöcke. Das habe ich dir noch hier rum flattern. Wir brauchen halt erstmal nur einen. Jetzt brauche ich Light Engineering Block. Penner. Warum? Kein Eisensatz hier oben drauf. Komm mit einmal weg. Ein. Hast geil, gell? Ey, was soll ich machen? Ich freu mich, klick drauf, guck. Scheiße leer. Da. MK2 haben wir. Dann brauchen wir Extractor Cards. Extractor. Extractor im K3. Ist zu teuer. Ist zu teuer machen wir nicht. Aber wir Dias dafür brauchen. Ja, Dias. Hm. Das, was wir grad nicht haben. Doch. Ich hab noch 5 DIA Blöcke unten drunter. Aber die brauche ich. Ja. Ja, die brauchst du dafür. Obwohl du mit Lack machst, dann kannst du da welche raus. Aber ne, die brauche ich. Ne lass. Mach' nicht. Hey, du hast doch Blöcke, die Edze erschenken. Ah, Blumen, die Edze erschenken können oder nicht? Gibt's nicht sowas? Die muss ich mir erstmal herstellen. Ah. Meinst du, was hab ich schon gemacht? Ne. Kannst du glaube ich noch nicht, ne? Die ist scheiße teuer. Ja. Ja und? Muss so gemacht werden. Also ich hab mich jetzt... Was soll das? Also jetzt sind hier wieder 585 Eisen drin. Mal gucken, wie schnell die wieder weg sind. Ja. Die halten hier nicht lange. Na ja, ich hab grad alles aus dem Keller rausgeholt. Ja. Ich hab gesehen, wie du nachhause gerannt bist. Ich war da grad am Crafting Table. Ne, ich hab den Namen gesehen. Ja, ich hab den Namen gesehen hab. Frrrr, non. Hm. Ja, brauchen wir halt. Also wieso jetzt... Hammer ey. Guck, wenn ich jetzt schon hier in das Ding reingucke. Eisen und Kupfer. Kann ich gleich schon 2 6 Eisen rausnehmen. Nee, gar nicht weglegen soll. Ich brauch zig Stück. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Scheiße, teuer ey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mikulodos, was ist das denn? To tell you an extra you tears. Rip off. Funktionalflower. Metal. Keine Ahnung. Na ne. Shield Metal. Shield Metal. Shield Metal Bock. Ah ok. Eisen plus Hammer. Spatzkel. Boah, hab ich den Hammer eingebaut. Bin ich Banane? Ja, bist du. Pass auf, der Hammer ist da, wo mein Buch ist. 100% eben. Ich vermute mal der ist bei der Agri-Kopf-Farm. Aber wetten drum. Picke, kacke, ey. Oder hier irgendwo dazwischen. So, wir brauchen Papier. Ich hab vergessen habe. So. Hauptsache es wächst ganz schön hier. So. Ne? Ja. Genau. Oh. Schau mal, so ist wie es geht. Kann man ja auch ein Nuggets nochmal nehmen? Ja. Mal gucken gleich. Irgendwo hatte ich ja noch ein Nuggets da. Hier ist es schonmal nicht. Ne, kann man nicht. Wir müssen das Spiel mobben, ey. Mob Mob. Mob Mob den Flash. Der komische Mob. Bus Mob. Ja, das bist du auch. Bus Mob. Jetzt müssen wir den verkackten. aber auch noch bauen sollen hier war vorher der ganze scheiß drin die feuer hatte und dann haben wir jetzt lenkt dann ja warum ist er gerade überfordert sag nicht je 10.000 enderpeeren voll juhu ich wundere ich warum schmelzt er nicht mehr warum brennen die zombies da nicht was können wir mit enderpellen kann man mit enderpellen strom erzeugen wessen damit man er machte parmann appellen weil ich nicht das sind elfen trade hat das ist okay das portal trainern konsortiere ich jetzt gezogen bin ich jetzt noch zu da unten drei automatisch schmelzen nein nachher ist nur eine ich brauche drei schmelzen was kann nach einer kiste sein wochen ein ex-factor und nur wo kam das schon wieder her das fährt mich fast gilt warum späunt hier so viel scheiße bei mir auf der insel das ist alles ausgeleuchtet bei der insel ja weiß ich nicht kacka ich muss sowieso wieder zurück mit finiti lapis brauche ich nämlich habe ich sogar ein inventar gut für die kiste dahinten brauchen wir ein ex-factor modul wohn mal kurz schlafen gehen nur weil deine insel hinten voll ist das sind zwei ex-factor modul erst mal ja gut hey hammer wow jetzt kriegt den fucker volke was dann brauche ich halt für die beiden und für den noch einen das sind fünf stück die wir brauchen machen wir halt dass wir die einfachen das sind die leid Da haben wir mal wieder keinen Platz in dem Hinterrad, ne? Das kann am besten Nack of Thorn. So, ich tue hier auch nochmal weg. Einfach rein damit. Na gut, das kommt ja sowieso gleich, Multi-Block, Multi-Block, Multi-Block. Das brau. Ich bekomme aus 4, 4, das heißt ich brauche insgesamt 6. 24 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 4. So, zum Zweckermodul. Zack. Fünf Stück. Ja, okay. Zack. Wir brauchen Item-Sync-Module, so hieß das Ding. Es gibt da diese Mod-Exit-Item-Sync-Module. Da können wir halt später das so machen, dass wir für den gehörigen Mods haben wir halt Sachen, so wie die Bücher und so, was wir nicht in die Cases speichern brauchen. Wo wir nicht wirklich viel von haben, dann können wir in Kisten lagern. Und durch die Mod-Basic-Item-Sync kannst du halt dementsprechend den Mod da einstellen und dann landet da alles von dem Mod drin. Okay. Gut. Du hast die Hälfte wahrscheinlich hinbehört. Die Hälfte. Oh, Kaktus-Farbe brauche ich. Dann baue ich auch 5 von den Items-Modulen erstmal. Ne, das ist eigentlich ganz praktisch. Mein Harz-Craft hat auch Video gemacht und dann habe ich ein bisschen das geguckt. Nur aufs Langeweile. 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 Ja, genau das. Alles klar, meine Farben. Hast du zufällig 10 mal grüne Farbe, gell? Ne. Grüne Farbe? Ja. Grüne Farbe überhaupt nicht. Dabei wieder zu hin zu rennen. Oder so viel. Sicher darfst du dahin rennen. Hm? Hat doch Spaß dahin zu rennen. Irgendwider. Oder auch nicht. Wo ist mein Buch? Der Squeezer kriegt... Was kriegt denn der Squeezer? Der Squeezer kriegt die... Samen. Ah, es fehlt mir ein Cage. Warum fehlt mir jetzt ein Cage? Keine Ahnung, wie du doof bist. Hm, nö. Ach, wenn ich zwei getauscht habe. Ja, passt. Alles okay. Fällt erst mal vor dem Stuhl. Farbe. Grüne Farbe. Nur ein Stick mit. Bei den Modulen brauchen wir noch ein paar mehr. Dann später. Ausrasten. Da. Ausrasten. Da. Da. Häa. Äua... Ähä... Centdis, alles okay. Fällt erst mal vorm Stuhl zurück. Sicher. Ich bin da. Das the real life man. The real life So jetzt eine Frage an dich. Nein. Wo möchtest du... Na du심. Wo möchte ich den Podcast gingen? Omglo! Ja, was für eine Frage. Wo möchtest du die Anforderungs-Pipe haben und die Einlager-Kiste? Bei mir. Auf jeden Fall eine. Weiß ich doch nicht. Ich stelle da, wo es Twilight ist oder so. Da bei den Durchgang zwischen Mob-Falle. Weil ich würde gerne hier definitiv. Ich weiß nicht, wie das mit dem Köften Ding ist. Ja, wir brauchen halt erstmal hier. Dass das erstmal hier irgendwo steht. Ich würde ziehen.